Liebe Studierende, willkommen zur zweiten Videoübung des Semesters. Thema der Übung ist ein elektrischer Nachweis einer mechanischen Bewegung. Und erstens die physikalische Situation, die in der Fragestellung vorgestellt wird. Und zwar hat man mit einem Plattenkondensator zu tun. Der Kondensator hat eine bekannte Fläche und man kann sofort betonen, dass diese Fläche quadratisch sind. Und der Abstand zwischen den Platten ist die zwei Zentimeter. Und dann betrachtet man einen Einschubvorgang. Das heisst, eine metallische Platte wird mit einer konstanten Geschwindigkeit V im Raum des Kondensators hineingeschoben. Und die Dicke der metallischen Platte ist 1,8 Zentimeter. Das heisst, nur zwei Millimeter kleiner als die Breite oder als der Abstand zwischen den quadratischen Platten des Kondensators. Und man muss eigentlich hier den Einschubvorgang physikalisch beschreiben. Aber in der ersten Fragestellung schlägt man vor, dass man erstens die Endsituation oder den Endzustand betrachtet. Das heisst, man fragt sich, wie groß ist die Kapazität, die resultierende Kapazität des Kondensators, wenn die metallische Platte schon vollständig im Raum des Kondensators sich befindet. Und in anderen Worten ist auch gefragt, ob diese totale Kapazität abhängig ist, wie die metallische Platte hineingeschoben wurde. Selbstverständlich, hier in dieser Skizze habe ich so eine übertriebene Situation betrachtet, um eigentlich das Ganze klar darzustellen. Das heisst, man soll sich überlegen, ob die Position der metallischen Platte im Raum des Kondensators doch eine Rolle spielt oder ob die totale Kapazität im Endzustand auch eine Funktion ist der effektiven Position dieser metallischen Platte im Raum des Kondensators. So betrachten wir erstens diese Endzustand in irgendeiner allgemeinen Situation. Nochmals, ich mache hier eine Zeichnung mit meiner quadratischen Platte des Kondensators, wie gesagt mit der Fläche A. Und dann werde ich jetzt hier zum Beispiel in dieser Position meine metallische Platte betrachten. Wir wissen, dass die Dicke immer D, Groß D ist, aber jetzt hier haben wir eine Situation, wo zwischen dieser metallischen Platte und meiner Platte des Kondensators haben wir mit einem Abstand D1 zu tun und dann zwischen meiner metallischen Platte hier und der quadratischen Platte des Kondensators haben wir einen Abstand D2. Die Frage ist eben, wie groß ist die totale Kapazität in diesem Endzustand? Und wir wissen, das habe ich vorher vergessen zu melden, dass meine Anordnung hier, ich weiß, dass der Kondensator mit einer Batteriespannung von 80 Volt gekoppelt ist. So, jetzt hier, wir sollen in dieser Situation die totale Kapazität berechnen. Und es ist immer wichtig, dass man jetzt die Situation anschaut und versucht man, ein Ersatzbild quasi zu eruieren oder eine äquivalente Situation zu eruieren, um dann das Ganze mathematisch zu beenden. Und wir haben schon etwas Ähnliches in der Vorlesung gemacht, wobei in der Vorlesung haben wir die physikalische Situation betrachtet, wo eine dielektrische Platte, ein Dielektrikum im Raum eines Kondensators hineingeschoben wurde. Hier, und betone ich das, haben wir mit einer metallischen Platte zu tun. Das heißt, wenn wir mit einer metallischen Platte zu tun haben, können wir diese Anordnung hier als Serieschaltung von zwei Kondensatoren betrachten. Weil die metallische Platte ist tatsächlich ein leitendes Medium, das ist ein leitendes System. Das heißt, eine äquivalente Darstellung, ein äquivalenter Schallkreis mit Kondensatoren wäre hier folgendes. Also jetzt, ich mache noch eine Skizze gerade unten. Wir haben jetzt hier einen Kondensator. Und dann haben wir ein zweiter Kondensator. Und das Ganze immer noch mit unserer Batteriespannung von, wie gesagt, von 80 Volt. Das heißt, wir haben hier mit einer Serieschaltung von zwei Kondensatoren zu tun. Jeweils mit der gleichen Fläche, Querschnittsfläche oder Fläche der Platten, das ist unsere Fläche A, aber mit Abstand D1 respektive D2. Und jetzt hier können wir für diese Situation die totale Kapazität sofort berechnen. Ich erinnere, dass ganz allgemein die Kapazität C eines Kondensators mit Fläche A und Abstand L, haben wir das in der Vorlesung gesehen, ist tatsächlich proportional zur Fläche und inversproportional zur Abstand L zwischen den Platten. Das Ganze nochmals mit der dielektrischen Konstante des Wachung Y0 multipliziert. Tatsächlich, die Kapazität beschreibt physikalisch die Fähigkeit eines Kondensators als Speicherplatz für Ladungen zu dienen oder zu wirken. Je größer ist die Fläche, desto größer soll die Kapazität. Aber je weit entfernt sind die metallischen Platten des Kondensators, desto weniger Ladungen lassen sich doch speichern. Wir haben auch in der Vorlesung studiert, wie die totale Kapazität einer Serieschaltung von Kondensatoren aussieht. Wir haben gesehen, dass gerade umgekehrt als bei Widerständen, die totale Kapazität für eine Serieschaltung von Kondensatoren ist durch eine solche Formel gegeben, wobei C1 und C2 sind die jeweiligen Kapazitäten von beiden Kondensatoren. Das heißt, bei einer Serieschaltung von Kondensatoren, der Inverse der totalen Kapazitäten ist gleich die Summe der Inverse der einzelnen Kapazitäten. Und das können wir jetzt hier explizit tatsächlich in dieser Situation schreiben. Das heißt, ist 1 über die Kapazität vom ersten Kondensator. Das heißt, Y0 mal A geteilt jetzt durch D1 plus 1 über die Kapazität vom zweiten Kondensator. Nochmals 1 über Y0, immer noch A als Fläche, aber geteilt durch D2. D2 und alles auch minus 1, weil wir berechnen sofort die totale Kapazität. Das können wir mathematisch ganz brav zusammenfassen. Und zwar ist es dann gleich Y0 mal A geteilt durch D1 plus D2. Das ist schon die Antwort zur ersten Frage des Problems. Das heißt, wir haben gesehen, dass die totale Kapazität im Endzustand des Problems, das heißt, wenn meine metallische Platte vollständig im Kondensator hineingeschoben wurde, ist dann eine Funktion der Summe hauptsächlich der jeweiligen Abstände. Das heißt, das bedeutet auch, dass wo genau die metallische Platte sich befindet im Raum des ursprünglichen Kondensators gar keine Rolle spielt, weil die totale Kapazität ist immer inversproportional zur Summe der jeweiligen Abstände. Und das für unsere geometrische Parameter hier wird immer 2 mm sein. Ich kann diese metallische Platte irgendwo oder irgendwie im Raum des Kondensators hineinschieben und im Endzustand kriege ich immer die gleiche totale Kapazität. Natürlich vorausgesetzt, dass diese metallische Platte selbstverständlich, weil eben ein leitendes System ist, keine Berührung mit den jeweiligen Platten des Kondensators hat. Und eben hier zu betonen ist tatsächlich die Tatsache, dass wir mit einem metallischen Platte, also mit einem leitenden System zu tun haben und nicht mehr mit einem Dielektrikum. Deswegen können wir als Ersatzbild für diese Situation genau diese Serieschaltung von Kondensatoren berücksichtigen. In dieser ersten Fragestellung des Problems haben wir uns mit Kondensatoren auseinandergesetzt, hauptsächlich mit dem allgemeinen Konzept der Kapazität eines Kondensators, aber besonders haben wir geübt, wie bei einer gegebenen physikalischen Situation ein Ersatzbild sich darstellen lässt, also ein alternativer Kondensatoren-Schallkreis sich darstellen lässt und bei einer Serieschaltung wissen wir, dass der Inversor der totalen Kapazität gleich der Summe der Inversor der jeweiligen Kapazität ist. Und das auch minus 1 gibt mir dann die totale Kapazität, die wir hier berechnet haben. Ich glaube, dass bei diesem Zeitpunkt können wir jetzt eine kleine Pause machen, bevor wir zur Fragestellung b, wo man tatsächlich den Einschuhvorgang betrachtet ist.